So Leute, was geht, was geht, was geht ab an meine OG-Fan-Army. Damit mein Willkommen zum anderen Shop-Video hier auf YouTube. Ich hoffe, euch geht's gut? Ja Leute, wie ihr das schon seht, ich hab mir den kostenlosen Skin freigeschaltet heute. Wenn ihr das Video noch nicht ausgeschaltet habt, schaut gerne mal auf meinen YouTube-Kanal vorbei. Das wird ja eigentlich schon, glaube ich, das erste sein, wenn ihr hier drauf geht. Das ist jetzt weg, aber ich sag euch lieber nochmal, die Aufgabe muss fünf Runden entweder im Duo-Modus spielen oder im Teams-Modus spielen, dann bekomme ich diese kostenlose Spitzhacke hier und den kostenlosen Skin. Wir schauen uns aber direkt mal an, was wir gleich im Atmen-Shop haben. Davor schicke mal in die Videobeschreibung rein, macht mal bitte auf Ehrenbasis. Weil da findet ihr man in der Medien, zum Beispiel schauen wir mal meinen OG-Army-Discord drauf, den dazu ist in der Beschreibung verlinkt. Was ist so heute drin? Wir haben Sayso. Wo-o-o-de-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-zuck. mit zwei jahren die hat zwei stelle erstanden aber nur die rückzeit hat auch nori style wenn ich es geht dann auch den style ich war zwei gehalten ich bitte sagen kein zweiter für 800 und die für 500 ja die kompletten weihnachtskins sind aus dem shop raus dennoch hier die ganzen pakete im shop und natürlich macht es schief der soll auch die nächsten paar tage verschwinden aber alle mit kostenlos man muss ich auch mal setzen wenn man sagt man muss nicht immer stehen sitzen stehen zocken macht es ist Hä? Loll-Twist. Holo-Scan. Die falsche Linie ist so... Face. Oder wie immer der Skin heißt. Und hier. Der Skin. Blau. Blau. Einmal... In Rot. Einmal in Rot. Und einmal in Blau. Das war's eigentlich schon. Zu dem Master Chief Paket... Weiß ich den Originalpreis nicht mehr, aber... Ja. Ähm... Immer in dem Maut. Wenn ihr noch mehr schaut, wie ihr es wieder sehen wollt, dann schaut's gerne mal unten in die Kommentare. Auch für den alten Rhythmus. Ihr wisst ja... Youtube macht Auge mittlerweile bei dem alten Rhythmus. Und viele sehen meine ganzen Videos nett. Wenn ihr der Meinung seid... Wenn ihr der Meinung seid, okay... Ich möchte dich abonnieren, dann könnt ihr das machen. Auf Ehrenbruder Basis könnt ihr das machen. Darüber würde ich mich freuen, denn ich gehe fast vor den... 500 Abos. Dann fehlen mir nur noch 500 Abos bis zu den 1000. Und dann bei 1000 Abonnenten bekommen wir einen Credit Code. So wie... Geld... So wie kann ich dann auch endlich mal Werbung schalten auf Youtube. Und auch... Dann bekomme ich Geld, wenn ich ein Video hochladen bei 10 Abonnenten. Das heißt, wenn ihr wollt, dann auch einen Credit Code bekommen wir. Wie den, den ihr gerade hier eingeblendet seht. Wie Siki. Dann lasst doch gerne mal ein Abo da. Und aktiviert die Glocke bei allen Benachrichtungen. Dann verpasst ihr kein Video mehr. Wirklich kein einziges mehr. Ich verspreche euch. Ihr verpasst dann kein Video mehr. Wenn ihr jetzt die Glocke aktiviert und mich abonniert, bekommt ihr immer eine Benachrichtung. Und dann seht ihr auch... GFan hat ein neues Video hochgeladen. Das drückt gerne mal drauf. Und vielleicht auch den Like Button bestätigen. Falls ihr das wollt. Falls ihr mich supporten wollt. Ja. Mehr muss ich dann sagen. Und... Credit Code Siki wieder eintragen. Denn der ist jetzt auch wieder zurück. Nach ein paar Tagen, Wochen Pause. Aber jetzt streamt der wieder für uns. Und... Tschüss, Videoski und Halt rein! Tschüss Musstٹ boot genere 而 Kr... Pr... intr... extern Untertitelung des ZDF, 2020